Epico Express Es ist ein Traum. Epico, das ist so dieser griechische Philosoph, der hat gesagt, das natürliche Lebensziel der Menschen ist das Wohlbefinden. Das hätte von mir sein können. Ich bin ein Clown geworden, weil ich mich dazu berufen gefühlt habe. Ein Programm nur bestehend aus Clownerie und weg von Zirkusclown-Klischees. Modernes Clownstheater, so nennen wir das, ja. Weil es vielleicht mal was anderes ist. Wenn du unsere Show so allgemein guckst, wenn du da rausgehst danach, fühlst du dich einfach wohl. So. Sehr kurzweilig. Fortklasse. Sensationell. Es war sehr lustig. Temporeich. War abwechslungsreich. Eine neue Erfahrung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Webberg von ZDF für funk, 2017 1 — Um. Vielen Dank.